Hallo, ich bin Alex. Ich habe mich für den Bachelorstudiengang Cyber Security und Privacy entschieden. Willst du wissen warum? Cyberangriffe auf Unternehmen und große Datenlecks gehören inzwischen zum Alltag, weil in jedem Ding ein Computer steckt, der über das Internet vernetzt ist. Fragst du dich auch wie Computersysteme gehackt werden können und weshalb es so schwierig ist sie gegen intelligenter Angreifer zu sichern? Wir lernen die Grundlagen der Kryptographie in mobilen Netzen, Sicherheitsmechanismen in Hardware und Software und Informationssicherheitsmanagement in Unternehmen kennen. Um auf Angriffe bestmöglich vorbereitet zu sein, muss man immer aus Sicht des Hackers denken und sorgfältig erarbeiten. Der Angreifer kann jede Sicherheitslücke nutzen. Wir IT-Sicherheitsexperten wollen deshalb möglichst alle Lücken systematisch finden und beheben. Und das ist genau mein Ding.